So erstmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar wollte ich euch mal meine Feuerwerksbestellung zeigen für dieses Jahr für 2015-2016 und zwar haben wir hier bei Pyrofuchs bestellt weil die hatten in den Zeitraum wo ich bestellt habe am 04.12 hatten so auf jeden Fall 20% Rabatt auf alle Artikel und jetzt zeige ich euch halt einfach mal die Liste die ich bestellt habe ich habe die schon mal ein bisschen vorgearbeitet dann dauert das nicht allzu lange und zwar haben wir bestellt die King 5er Feier Event ist dann das schöne Teil hier hatte ich schon letztes Jahr und waren eigentlich sehr gut und habe mir gedacht bestellt sie eigentlich gleich noch mal für dieses Jahr und zwar hat die kostet 8,99 Euro dann machen wir mal weiter haben wir bestellt Silver Pirat auch von Fire Event auch gleich zweimal genau wie die King auch gleich zweimal dann roter Corsair Fire Event auch zweimal dann haben wir das schöne Teil hier für 5,95 Euro dann haben wir hier bestellt Expression Vulkan von Fire Event für 7,12 Euro dann das schöne Teil hier dann haben wir hier noch bestellt Dynamit C von Pyroart das ist dann das schöne Teil hier ein bisschen verschwommen schon für 84 Cent die Utilitäten haben wir auch gleich ja nur einmal dann einmal Dynamit D Pyroart auf 88 Cent dann einmal Dynamit Super 1 Pyroart auf 92 Cent auch jeweils einmal dann einmal Dragon Quecker 360 von Lassi Feuerwerk für 12 Euro und habe auch gleich ja immer bestellt dann einmal Bombastika von Vico Feuerwerk auch einmal für 6,39 Euro ist das schöne Teil hier dann einmal Black Power D von Pyroart dann einmal Black Power D von Pyroart das ist dann das schöne Teil hier da auch jeweils einmal Vulkansilber und habe auch noch einmal Vulkansilber und Jörge Feuerwerk Vulkansilber und Jörge Feuerwerk haben wir zweimal gestellt oder was ist dann das hier halt für 2,88 Euro warum nicht dann ehemal Super Color von Tains von Jörge auch einmal das ist dann das schöne Teil hier für 2,36 Euro kann man nicht falsch machen dann ehemal Spider Vico von Feuerwerk und das haben wir gleich zweimal bestellt für 5 Euro Verzeihung für 5,56 Euro dann einmal Römische Licht vom Panda Feuerwerk für 3,19 Euro jetzt muss ich erstmal gucken haben wir auch zweimal dann einmal Riesenlibelle 4er von Pyroart für 2 Euro haben wir glaube auch nur einmal dann ehemal Glanzpunkte von Pyroart 1,59 Euro haben wir hier auch gleich ehemal dann ehemal Mercury von Vigo Feuerwerk für 3,96 Euro haben wir auch nur einmal dann einmal Dämon von Jörge Feuerwerk für 5,99 Euro davon auch jeweils einmal 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 das hier dann die Aplo J-R2 von Jörge und dann noch die Aplo J-R8 von Jörge auch jeweils einmal und die Aplo J-E4 von Jörge auch jeweils auch jeweils dann einmal die Pyro Show Pack 5-5 von Jörge Feuerwerk auch jeweils einmal dann einmal Silver Star von Daimon Feuerwerk auch jeweils auch jeweils dann einmal Cake A8 Jörge Feuerwerk neuer für 2015 auch einmal dann einmal Cake A9 Jörge Feuerwerk auch neu für diese auch wie gesagt einmal auch jeweils dann einmal dann einmal Master Komet Feuerwerk jeweils einmal dann einmal X-B9 Raketen von Pyro Art auch jeweils einmal dann einmal X-B9 Raketen von Pyro Art auch jeweils auch jeweils einmal dann einmal Lampia Aladina von Jörge Feuerwerk auch jeweils einmal dann einmal Ben Galtop X-XL blau von Blackbox jeweils einmal in blau in gelb in gelb und einmal in rot also einmal blau einmal gelb und einmal rot jeweils einmal dann einmal die Busterblume von Blackbox auch jeweils einmal dann einmal Strobo Lobo linker Rot jeweils einmal einmal Rot und Silber jeweils einmal dann einmal dann einmal Ultralux Stark Lichtstoff von Blackbox Feuerwerk hat jetzt ja 10 Stück Hammer gell macht er auf jeden Fall die ganze Ghetto Hell auch jeweils einmal dann einmal Kanonenschlag Kubanisch von Niko also von Niko Feuerwerk auch jeweils einmal Kanonenschlag Kubisch mit Sicherheitszünder jeweils einmal dann einmal Blinking von Veko Feuerwerk jeweils einmal dann einmal Vulkan Gold Silber von Veko Feuerwerk auch jeweils jeweils zweimal dann einmal Goblin von Veko Feuerwerk auch jeweils einmal dann einmal Sirius von Veko Feuerwerk auch jeweils auch jeweils dann einmal Kick Leslie Feuerwerk auch jeweils einmal dann einmal Feuerkegel Nummer 2 Rot und Blackbox auch jeweils auch jeweils auch jeweils jeweils einmal dann einmal die Feuersäule Nummer 1 von Blackbox auch jeweils einmal dann einmal von Dyson Knallfrosch auch jeweils auch jeweils einmal dann einmal Eis auch jeweils einmal dann einmal jetzt noch kleine Sachen wie Frösche Groß von Veko Feuerwerk da auch nur ein oder zweimal dann einmal Knallfrosch super Knallfrosch von Veko Feuerwerk jeweils auch einmal oder zweimal dann einmal Bimbo von Leslie Feuerwerk jeweils einmal dann einmal Assaulted Fontaine von Leslie Feuerwerk wo steht er wo steht er auch jeweils einmal dann einmal Moonshineers von Leslie Feuerwerk auch jeweils einmal da waren wir bei 320 Euro von daher können wir irgendwie nicht falsch machen und ja kommt auf jeden Fall Unboxing Video und bin auf jeden Fall mal gespannt wie groß dann das Paket wird und ja dann schauen wir mal wie es so wird also wenn ihr noch nicht inzwischen wer tappt schlagt zu alles muss raus bis zu 20% auf Silvesterartikel dann würde ich sagen vielen Dank also vielen Dank beiden Zuschauen und wünsche euch Wasser also haut da rein bis dann auf 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 das ist auch